Die freiheitlichen Nationalratsabgeordneten Gerald Hauser, ich bin der Tourismussprecher der Freiheitlichen Partei und bin auch mit großer Liebe im Gesundheitsausschuss. Wo sind Sie geboren, wo wohnen Sie aktuell? Immer noch dasselbe. Ich bin in St. Jakob im Nefreckental geboren und wohne dort in einer wunderschönen Landschaft mitten im Nationalpark Hohedauern. Also ich wohne dort, wo andere Urlaub machen. Was sagt man gerne in Ihrer Gegend? Heim geht's gut. Wohin in Österreich fahren Sie gerne für einen Ausflug oder auf Urlaub? Ich bin, und das kann man bei mir auf meinen sozialen Medien sehen, im Urlaub viel bei uns im Bezirk Ostehol unterwegs. Wie gesagt, dort, wo Gäste Urlaub machen, verbringe ich meine Freizeit. Wir haben so wunderschöne Ortschaften, wie zum Beispiel die Jagdhaushalm. Das ist die älteste Alm Tirols überhaupt, die früher ganzjährig bewirtschaftet war. Jetzt nur im Sommer. Oder ich denke an das Innengeschluss. Das ist der wunderschöne Talschluss beim Groß Venediger. Wir haben tollste Wassererlebniswege, wie zum Beispiel die Umballfälle. Die sind da so international mittlerweile wirklich bekannt. Wie überhaupt das Wasser und die Schneesicherheit bei uns von großer Bedeutung ist. Also, wieso soll die auswärts unterwegs sein, wenn wir zu Hause alles haben, was wir brauchen? Was schmeckt Ihnen? Na eh klar, Schlipfkropfen. Mensch, die es mittlerweile auch in Wien zu kaufen gibt. Oder Tiroler Knödel, Kasknödel. Das sind all Speisen, die grundsätzlich sehr einfach sind. Und man hat da so Resten verwertet. In einen Tiroler Knödel hat man alte Wurst, alten Speck hineingeschnitten. Ein hartes Brot, ein hartes Semmel zum Beispiel. Käseknödel hat man in alten Kass verwertet. Und die Schlipfkropfen sind ja mittlerweile international eine Spezialität. Und die besten gibt es natürlich bei uns im Lefreckental. Dazu trinkt man eine Milch. Ich bekomme zum Beispiel meine Milch täglich von der Böhrerin, von der Angelika ins Haus gebracht. Ist gewaltig gut. Manchmal noch kuhwarm. Dann habe ich sie am liebsten. Manche mögen das nicht. Ich liebe das, eine kuhwarme Milch zu trinken. Und da sieht man, was man eigentlich alles zu Hause hat. Ihre Beziehung zu Sport und Bewegung. Nein, nein. Ich betreibe schon aktiv Sport. Ich bin ein passionierter Pilzesucher. Ich bin den ganzen Sommer unterwegs. Ich kenne sechs, sieben unterschiedliche Sorten von Pilzen und Schwämmen. Und damit kenne ich schon drei, vier mehr als die meisten und finde immer was. Also wenn ich auf Pilzsuche gehe, neben die Eierschwammel, Stein- und Herrenpilze, finde ich den Zigeuner zum Beispiel. Die Rotkappe sind alles ausgezeichnete Speisepilze, die viele stehen lassen. Ich sammle das mit Begeisterung ein und die Frau kontrolliert mich dann und sagt, darf ich das wohl kochen? Dann sage ich, du, ich bin passionierter Pilzsucher, der die Pilze kennt und das seit Jahren macht. Also ich muss sie dann vorher überzeugen. Dann kocht sie sie vorzüglich. Meine liebe Frau kamen, macht das ausgezeichnet und deswegen bin ich passionierter Pilzsucher. Wie sind Sie am liebsten und häufigsten unterwegs? Nein, im Ort selber, ich wohne relativ zentral, nur zu Fuß. Das ist ja vollkommen klar, man muss ja ein paar Schritte machen. Ländlicher Raum, da bin ich mit dem Auto unterwegs, weil man natürlich nicht zu jeder passenden Zeit ein öffentliches Verkehrsmittel hat. Das ist ja das Problem des ländlichen Raumes. Deswegen ist das Auto einfach das Fortbewegungsmittel, das mal wir brauchen. Und das am besten auf vier Rädern, weil wir im Defreckental jede Menge Schnee haben und mit zwei Rädern wenig weiterkommen. Haben Sie Haustiere? Ja, ja, klar, ich liebe Haustiere. Wir hatten früher Katzen. Nachdem ich sehr mobil bin, war auch die Katze mobil, mittlerweile leider verstorben. Jetzt haben wir einen Hund, einen Zwergbud, unsere Selin. Unglaublich treues Tier. Es hat ja nicht umsonst der ehemalige Politiker Bobby Graf den weisen Spruch von sich gegeben. Wenn du in der Politik einen Freund haben willst, dann halte ich dir einen Hund. Ich sehe das nicht ganz so streng, aber es hat schon ein bisschen was Wahres an sich. Tiere sind treu, Tiere sind sehr wohlig. Also die Selin liegt ja auch bei uns im Bett, was ich zwar nicht so laut sagen sollte, das hat sie sich so angewöhnt. Aber ich sage das ganz ehrlich, wenn es einmal so richtig kalt ist und in St. Jakob sind wir ja dreimal die Woche der Kältepol Österreichs, was ja für einen Wintersportort durchaus eine tolle Auszeichnung ist, dann streitet sich die Karme, meine liebe Frau und dich, um die Selin, weil sie doch kuschelig warm ist. Also wunderbar. Und meine Schwiegermutter hat auch einen Hund, die Sissi. So gesehen bin ich ja so in glücklicher Lage, zwei ganz feine, nette, tolle, anschmicksame Hunde zu haben, was unser Leben also sehr bereichert. Wie entspannen Sie am besten? Also wenn es geht, am liebsten bei mir in meiner Bauernstube. Da wird der schöne Bauernofen eingeheizt und es gibt eine unglaublich wohlige Wärme. Ich habe das Glück, in einem alten, denkmal geschützten Haus zu leben, auch noch mit alter Substanz, alte Struktur, eine metterdicke Steinmauern, ein schönes, altes Zirbengetafle und so weiter, was also wirklich unglaubliche Wärme ausstrahlt. Und dort fühle ich mich, herrlich gesagt, am wohlsten. Und wenn ich es ganz fein haben will, dann lege ich mich auf die Offenbank. Das ist also die Bank über dem Ofen, die ist immer wollig, warm und unglaublich kuschelig. Wobei werden Sie schwach? Immer bei meiner lieben Frau, die mich rund um die Uhr verwöhnt. Was kann Sie aufregen? Verlogenheit. Und deswegen also die derzeitige Politik. Ich sage, man wird von früh bis spät belogen. Und das ist ein Wahnsinn, mit Fake News, vom Aufstehen bis zum Schlafengehen. Aber Gott sei Dank gibt es uns, gibt es die Freiheitliche Partei, die wir noch versuchen, also die Wahrheit anzusprechen. Und gemeinsam werden wir das schaffen, dass wir zukünftig unseren Volkskanzler Herbert Kickl auch an die Spitze des Staates bringen. Wem wollten Sie schon immer was sagen? Mein Gott, da gibt es natürlich vieles. Aber mittlerweile habe ich einen Leitspruch, klare Rechnung, klare Freundschaft. Ich spreche Sachen offen und direkt an. Das ist mir ganz wichtig. Welche Person hat Sie geprägt? Mein Vater, der die Bergbahn in St. Jakob mit seinen lieben Freunden als Pionier mit aufgebaut hat. Mein Vater war 36 Jahre Geschäftsführer der Bergbahn. Und die haben wirklich mit nichts angefangen, mit dem eigenen Ersporten, haben das eigene Haus, mit dem eigenen Haus für die Verbindlichkeiten der Bergbahn ursprünglich gebürgt. Das waren wirkliche Pioniere, die es geschafft haben, mit nichts, mit Händearbeit vieles zu erreichen und in einer Region wirklich einen Aufsprung herbeizuführen. So gesehen ist mein Vater wirklich ein gutes Vorbild. Warum sind Sie zu den Freiheitlichen gegangen? Weil es da früher einen Jörg Haider gegeben hat und jetzt einen Herbert Kickl gibt. Und wir haben alle ein einziges gemeinsames Ziel, dass zukünftig das Recht wieder vom Volke und nicht von den Globalisten ausgeht. Und da ist Österreich mit Sicherheit beim Herbert Kickl und zum Volkskanzler in besten Händen. Wie war Ihr persönlicher Werdegang innerhalb der FPÖ? Ich war in jungen Jahren Obmann-Stellvertreter der jungen ÖVP im Bezirk Osttirol. Und wir wollten uns damals aktiv im Landtagswahlkampf einbringen. Und da haben die Parteioberen zu uns gesagt, wisst ihr was, Burben? Wenn ihr uns unterstützen wollt, dann geht es Stern singen. Jetzt sage ich, Stern singen ist eine tolle Sache. Aber ich bin nicht in die Politik gegangen, um Stern zu singen, weil auch kann ich nicht singen. Ich kann nur laut und undöglich singen. Und zweitens ist das wirklich ein toller Brauch, den jene Leute machen, die es auch wirklich können. Kurzum, man hat mich durch diese Inaktivität, durch das Nicht-Einbinden, hat man mich also wirklich vertrieben. Ich bin dann aus der jungen ÖVP wohl eh ausgetreten, war dann parteilos. Und Jörg Haider hat mich dann dermaßen begeistert, weil das war ein Mann mit Herz, mit Offenheit, der mich auch arbeiten ließ, so wie mich der Herbert Kickl, der sich derzeit arbeiten lässt. Die muss einen guten Job machen. Das ist das Einzige. Wir müssen schauen, wir müssen auf unser Volk, auf unsere Bürger schauen. Das ist das Einzige, was den Herbert Kickl interessiert. Und das lässt Herbert Kickl zu. Herbert Kickl ist überhaupt ein toller Mensch, weil er keine Angst vor irgendwelchen, unter Anführungszeichen, Mitstreitern hat, weil er sowieso der Beste ist. Mein Name ist Werner Herbert, ich bin Abgeordneter zum Nationalrat und Bundesvorsitzenderdorf. Wo sind Sie geboren, wo wohnen Sie aktuell? Ich bin in Hartberg in der Steiermark geboren, weil meine Eltern stammen aus der Oststeiermark und sind Mitte der 60er Jahre nach Wien übersiedelt, weil aufgrund der damaligen Arbeitssituation in der Steiermark das nicht zukunftsträchtig war. Ich bin daher in Wien aufgewachsen, in Wien in die Schule gegangen und bin dann Mitte der 80er Jahre, weil ich einfach ein Haus haben wollte, immer nach Niederösterreich gekommen, wo ich mir in weiterer Folge dann meinen Traum, ein Haus zu bauen, erfüllt habe und seit deiner Zeit im Umland von Wien in Niederösterreich zu Hause bin. Was sagt man gerne in Ihrer Gegend? Also ein Grundsatz von mir lautet, alles was man nicht erhebt, man muss da warten können. Wohin in Österreich fahren Sie gerne für einen Ausflug oder auf Urlaub? Also ich würde sagen, grundsätzlich am schönsten, dass es immer zu Hause ist. Aber wenn ich die Zeit habe, wo hinfahren zu können und das nur auf meinen Wunsch ankommt, dann würde ich die steirische Thermenlandschaft wählen. Was schmeckt Ihnen? Also am liebsten habe ich eine Figur, eine größte Leber, aber der absolute Favorit ist ein Schweinsbruch mit gerade Knödel und wenn es dazu ein gutes Bier auch noch gibt, dann sind wir auch dabei. Ihre Beziehung zu Sport und Bewegung? Aktiv habe ich in meinen jungen Jahren sehr intensiv den Radsport gefreut. Ich war in der Juniorenklasse in dem Straßenrennen, Sport sehr erfolgreich. Ich war da die ersten 3-plus-Statsmeisterschaft, war Wienermeister, auch im Bahnsport nicht unerfolgreich. Ich habe dann allerdings mit meinem Eintritt in den Polizeidienst aufhören müssen damit, weil es mit dem Wechseldienst einfach nicht mehr möglich war, kontinuierlich zu trainieren. Und das ist es um und auf bei jedem Spitzensport. Ich habe Anfang der 90er begonnen, Squash zu spielen, habe das sehr intensiv auch betrieben. Ja, mittlerweile bin ich eher ein großer Begleiter und Fan des Amerikan-Football. Meine Kinder spielen nämlich Amerikan-Football, wenn wir die spielen. Da bringe ich mich als guter, stolzer Spieler, Vater, gerne ein. Wie sind Sie am liebsten und häufigsten unterwegs? Ich bin ein Automobilist, hätte ich jetzt einmal gesagt. In jungen Jahren bin ich lange Zeit auf Motorrad gefahren und auch viel Spaß gemacht. Bahn hat seinen Reiz, wenn man wo einsteigen kann und dort an der Ausstiegsstelle abgeholt wird und dann chauffiert wird, dann ist Bahn super, weil du bist relativ stressfrei an deinem Ziel. Ansonsten bin ich eher eigenmobil unterwegs. Wenn es weiter weggeht, dann an den Flieger, aber grundsätzlich mit dem Auto. Haben Sie Haustiere? Ich habe noch ein paar Restbestand an Meerschweinchen zu Hause. Das ist nach der Zeit, wie meine Kinder noch kleiner waren. Und ich habe einen Männchen und eine normale Hauskotze. Bis vor zwei Monaten meine Kinder auf eine Ferienwochenende am Bauernhof mit zwei kleinen Bauernhofkotzen haben, kann man sagen. Und die sind jetzt ungefähr knapp über ein halbes Jahr alt. Also es ist nicht so, dass ich gesagt hätte, na hurra. Aber mittlerweile habe ich mit dem Schicksal der Familie gefügt und die sind aufgenommen und integriert bei uns. Auch mit den älteren Katzen ist es zwischenzeitlich kein Problem. Sie sitzen jetzt nebeneinander zu viert, am Futter trug und dann schon fressen ohne Facherei und ohne Tatzenspielereien. Also grundsätzlich sind die Haustiere bei uns sehr gerne willkommen, aber ich glaube, wir haben unser Spitzenpotenzial erreicht mittlerweile. Wie entspannen Sie am besten? Sehr gerne verbringe ich Zeit mit meiner Familie, weil das einfach eine ganz andere Welt ist und das auch hilft, wieder sich zu erden. Du hast einfach weg von den großen Problemen in der Bundespolitik oder auch in der Bundespersonalvertretung, dass du wieder zurückfindest auf die wirklichen essentiellen Dinge des Lebens. Wenn es nicht Familie ist und ich wirklich, jetzt sage ich mal, Zeit für mich ganz alleine, dann liebe ich es über so einen offenen Kaminshaus. Dann mag ich das schon gerne, dass man da ein bisschen so eine Stimmung macht. Vielleicht, wenn man sich mit einem guten Segel malt zurückzieht und ein bisschen so dahin sinniert. Wobei werden Sie schwach? Natürlich bei meiner Frau. Was kann Sie aufregen? Was ich seit jeher nicht leiden konnte, sind Ungerechtigkeiten per se. Das ist der Grund, warum ich mich wahrscheinlich sehr früh personalvertretungsmäßig in meiner Arbeit engagiert habe. Also wir waren immer wieder so selbstherrliche Chefs, die mit einer Überheblichkeit und mit einer oft völlig übertriebenen und unangebrachten Selbstgefälligkeit jüngere Mitarbeiter so quasi bloßgestellt haben. Wem wollten Sie schon immer was sagen? Das, was zu sagen ist, da bin ich der Meinung, das muss man einfach sagen. Oft ist es vielleicht entscheidend, zu welchem Zeitpunkt man gewisse Sachen sagt. Aber wenn man etwas zu sagen hat und man hinter dieser Meinung oder hinter dieser Aussage steht, dann ist es auch zulässig, dass man sich tätigt. Welche Person hat Sie geprägt? Was mich sehr beeinflusst hat, war natürlich mein Vater, weil der in einer schwierigen Zeit, nämlich Anfang der 60er Jahre, den Weg von seiner Heimatgemeinde ins damals fremde Wien gewagt hat, einfach um seine Familie einen wirtschaftlichen guten Boden aufbreiten zu können. und der seit seines Lebens immer geschaut hat, dass man eben durch viel harte Arbeit ein Geld zu ausgebracht hat. Warum sind Sie zu den Freiheitlichen gegangen? Das ist eine einfache Geschichte, weil ich damals als junger Inspektor ein Problem mit einem Vorgesetzten gehabt habe, genau aus dem Ansatz, weil ich gesagt habe, das brauche ich mir nicht gefallen lassen oder das will ich mir nicht gefallen lassen. Und die Einzigen, die mir geholfen haben damals, das war der blauen Personalvertreter. Wie war Ihr persönlicher Werdegang innerhalb der FPÖ? Ich bin 1995 noch eingestiegen in die Personalvertretung und damit war es dann eigentlich, ist dann der Zugriff zugegangen. Anfang 2000 habe ich mich dann auch angefangen in der Gemeinde, bei mir in meiner Heimatgemeinde politisch zu engagieren. Habe auch dort erstmals als FPÖ kandidiert, bin dann auch in den Gemeinderat gekommen. Zwischenzeitlich Vizebürgermeister in meiner Heimatgemeinde. Bei der Polizei bin ich dienstfreigste der Personalvertreter, habe ein Mandat im Fachausschuss bei der LPD Wien und im Zentralausschuss. Und politisch bin ich neben dem Vizebürgermeister und Bezirksparteiobmann in meinem Bezirk Nationalrat. Mein Name ist Norbert Hofer, ich bin dritter Präsident des Nationalrates. Wo sind Sie geboren? Wo wohnen Sie aktuell? Ich bin geboren in der Steiermark in Vorrau, weil mein Vater in Steirau unbedingt wollte, dass ein Kind wenigstens in der Steiermark geboren ist. Ich war der Jüngste und habe damals gewohnt im südlichen Burgenland, bin dann nach Wien gegangen zur Laude und bin dann irgendwann wieder zurückgekommen in südliche Burgenland. Was sagt man gerne in Ihrer Gegend? Nein, im Burgenländischen, das ist hernzische, herz sind wir da. Also jetzt sind wir da. Und im steirischen Dialekt gibt es da einen Satz, den können viele nicht nachsagen, nämlich es gibt dann so viele Tage im Jahr wie der Fuchs am Schwanz hat. Wohin in Österreich fahren Sie gerne für einen Ausflug oder auf Urlaub? Es gibt einen Platz, der es nicht weit weg von meinem Zuhause in Hochart. Das ist eine Gemeinde, die so auf einem Hügel liegt. Und wenn ich mit der Fahrradtour mache, dann bleibe ich auf dieser Wiese dort stehen. Und zwar deswegen, das war immer der Platz, wo ich als Kind oder als Jugendlicher meine ferngesteuerten Segelflugzeuge gestartet habe. Gemeinsam mit meinem Bruder, mit meinem Vater. Und als mein Vater gestorben ist, bin ich extra zu dieser Wiese gefahren, habe mich dort hingesetzt und habe ein bisschen nachgedacht über die schönen Erlebnisse, die wir dort hatten. Und das ist irgendwie so ein Kraftplatz. Zweiter Platz, wo ich gern bin, ist natürlich der Flugplatz. Was schmeckt Ihnen? Also vom Essen her, wie bei so vielen Menschen, Spagette in allen Variationen. Und beim Lieblingsgetränk, also wenn es darum geht, etwas Alkoholisches zu finden, dann ist es Rotwein. Ist ja gesund. Ansonsten trinke ich am liebsten stilles Wasser und hier und da einen Sauerkraut-Saft. Das hat einen riesigen Vorteil, wenn man sich Sauerkraut-Saft besorgt, dann wird das im Kühlschrank niemals leer, weil niemand sonst hingreift. Ihre Beziehung zu Sport und Bewegung? Ich war früher Leichtathlet, habe auch ein paar Wettkämpfe gemacht, aber ich habe da diesen Parakleiterunfall gehabt. Damit geht das Laufen nicht mehr. Jetzt ist es das Fahrradfahren mit dem Mountainbike. Flugzeug in der Gegend, buckelige Welt, manchmal auf den Wechsel hinauf, ist wunderschön. Und seit kurzem habe ich den Kunstflugschein, den Motorkunstflugschein und das ist auch sehr interessant. Wie sind Sie am liebsten und häufigsten unterwegs? Also ich fahre jetzt nicht gern mit dem Fahrrad, aber das ist Freizeitbeschäftigung. Wir haben ja nicht durch die Gegend zu Hause. Ansonsten am liebsten mit dem selbstgesteuerten Flugzeug. Haben Sie Haustiere? Ja, ich habe Haustiere. Wir haben Hühner. Es sind aber jetzt alle gestorben. Es lebt nur mehr ein Hund. Das ist aber offenbar ein Highlander und ist unsterblich. Wir haben alle geglaubt, das Hund wird jetzt irgendwann einmal auch sterben, aber es lebt und lebt und lebt und schaut auch toll aus. Also ich glaube, das wird noch ein sehr, sehr zähes Hund werden. Dann haben wir einen Kater, den wir vom Flugplatz mit nach Hause genommen haben. Der Alpha, der uns das Leben nicht immer ganz einfach macht, weil immer dann, wenn man es in der Ruhe haben will oder wenn man vielleicht mal in der Früh, am Wochenende ein bisschen länger liegen bleiben will, dann kommt der Kater und weckt alle auf. Und dann haben wir einen Hund, die Jessie und die drei halten uns auf Trab. Wie entspannen Sie am besten? Also am liebsten ist es mir, wenn ich mich kurz aufs Rudergerät setzen kann. Also kurz ausbauen, das ist immer das Beste, wenn ich alleine bin. Ansonsten, wenn ich im Burgenland bin, dann am liebsten rausgehen. Also irgendetwas im Freien machen, weil man da den Kopf am besten frei bekommt. Und ja, nicht irgendein Ding aus dem Parlament, was negativ ist, mit nach Hause nehmen. Das bringt überhaupt nichts. Wobei werden Sie schwach? Es gibt eine Diskussion zwischen mir und meinen Mitarbeiterinnen, weil die mir permanent eine Tafel Schokolade auf den Schreibtisch legen. Und ich bin einer, der wirklich kämpfen muss, damit er nicht aus dem Rahmen fällt. Und ich esse wirklich, ich geißle mich da und verzichte dann auf Nudeln, wo ich Spaghetti so gerne habe. Ich esse mir zwei Monate keine Nudeln, lasse das Gepäck weg, gehe trainieren. Und dann komme ich ins Büro und dann liegt hier eine Tafel Schokolade. Und die esse ich in fünf Minuten komplett auf. Was kann Sie aufregen? Wenn es Leute gibt, die zu mir kommen, um mich zu belehren. Wenn es jemand ist, von dem ich weiß oder eine Sie, diese Person hat wirklich was drauf und da kann ich viel lernen, dann höre ich gerne zu. Aber es gibt diese Herrschaften von Menschen, wo man genau weiß, die haben genau diesen Bereich, den man selbst kennt, nicht einmal erlebt und erklären dir dann, wie das funktioniert. Und das kann mich fürchterlich aufregen. Wem wollten Sie schon immer was sagen? Naja, ich würde gerne zum Beispiel Otto Lilienthal treffen und ihm sagen, wie das Fliegen funktioniert. Ich würde gerne mit Jörg Heider reden und ihm sagen, er soll bitte nicht ins Auto einsteigen an diesem Tag. Ich würde gerne dem Strache sagen, fliege nicht nach Ibiza. Und so gibt es ganz, ganz viele, die ich gerne noch treffen würde. Ich würde auch mir selbst gerne sagen, nämlich meiner selbst, vor 20 Jahren, du heute gehst lieber nicht Paraglen. Welche Person hat Sie geprägt? Es sind natürlich wie bei den meisten Menschen die Eltern, die dich prägen, auch vor allem in den ersten Jahren. Mein Vater war Direktor eines E-Werks, hat begonnen, hat den Beruf eines Steinmetz gelernt, hat dann auch in Graz mitgearbeitet nach dem Krieg am Wiederaufbau bei Kirchen und so weiter. Und hat dann seine Matura nachgemacht, ist Direktor eines E-Werks geworden und so weiter. Und meine Mutter war Tochter eines Fabrikanten, eines Lederfabrikanten, der US-Staatsbürger war und eingewandert ist nach Österreich. Also in der Familie habe ich vieles mitnehmen können, aber jetzt politisch ist es schwieriger. Also die echten Vorbilder, immer wenn man da Menschen kennenlernt, merkt man, die sind gar nicht so perfekt. Also eine perfekte Person gibt es nicht. Daher bin ich den Weg gegangen, für mich mal zu überlegen, das mache ich immer einmal im Jahr, wie will ich eigentlich sein? Wo will ich eigentlich hin? Und dann ist diese etwas verpesterte Person sowas wie mein Vorbild für das kommende Jahr, um daran zu arbeiten. Warum sind Sie zu den Freiheitlichen gegangen? Also mein Vater hat mit mir viel über Politik gesprochen. Er war Christdemokrat, war auch ÖVP-Gemeinderat in der Gemeinde, wo ich aufgewachsen bin. Als ich dann älter geworden bin, war er schon lange nicht mehr in der Politik. Er hat aufgehört, als meine große Schwester gestorben ist. Aber man hat dann schon gemerkt an seinen Stellungnahmen, dass er freiheitlich denkt. Ich habe mir dann entschieden, als ich gesehen habe, als junger Mann, wie sich rot und schwarz das Land aufgeteilt haben. Die Autofahrerclubs, die Wohnbaugenossenschaften, in den Schulen, die Direktoren und so weiter und so fort. Das hat mich jetzt nicht gestört. Und bei der Überlegung, ich wollte politisch etwas tun, nicht hauptberuflich, aber ich wollte. Und habe mir dann die Parteien angeschaut und bin dann zur FPÖ gegangen. Das war in einer Zeit, wo du nur Nachteile gehabt hast in Wirklichkeit, wenn du dabei warst. Und bin jetzt schon sehr, sehr lange dabei. Und irgendwann kam einmal der Punkt, da bin ich gerade von der Laudea weggegangen. Oder ich war noch bei der Laudea und habe mitgeholfen, ehrenamtlich bei der FPÖ in Eisenstadt. Da bin ich gefragt worden, ob ich mithelfen würde, die Wirtschaftskammerwahlen vorzubereiten. 1,9 Prozent war der Anteil des ringesweitlichen Wirtschaftstreibenden. Und wir haben wahlgekämpft, wie die Verrückten sind. Also die Betriebe abgefahren, haben Unterschriften gesammelt und hatten dann 19 Prozent. Und dann hatte ich die Entscheidung zu treffen, mache ich das hauptberuflich weiter oder nicht. Und habe dann von meinem Chef bei der Laudea das Okay bekommen, dass ich nach drei Jahren wieder zurückkommen kann. Falls mir dort etwas nicht gefällt, dann bin ich geblieben. Wie war Ihr persönlicher Werdegang innerhalb der FPÖ? Also ich habe begonnen als Funktionär in einer Ortsgruppe, nämlich in Eisenstadt. Also Mitglied bin ich vorher geworden, noch in Pinkerfeld, aber dann eben in Eisenstadt Funktionär in der Ortsgruppe Eisenstadt, als, glaube ich, Organisationsreferent. Dann bin ich irgendwann Bezirksparteisekretär geworden, auch nebenberuflich war er bei der Laudea beschäftigt. Und dann kam eben dieser Schritt in die Politik, hauptberuflich. Aber ich habe davor, ich weiß nicht, wie viele Plakate geklebt, bin Zettel verteilen gegangen, Hausbesuche. Das war alles fürchterlich peinlich natürlich, wenn man in ein Haus weihen muss. Aber es war, man nennt das heute Ochsentour. Also wirklich alles durchgemacht von dieser Ebene. Stadtparteiabmann, Bezirksparteiabmann, Landesparteisekretär, Klubdirektor war ich, bis zum stellvertretenden Bundesparteiabmann, Nationalratsabgeordneter. Dritter Präsident, Kandidat bei Bundespräsidentschaftswahlen, war gar nicht so schlecht damals. Bis zum Bundeshauptmann, Klubabmann, also alles durch, komplett durch. Und ich sage immer, den jungen Leuten, wenn ich sie treffe, schreibt ja nicht eine ganz bestimmte Funktion an, sondern denkt immer an drei Dinge, dann läuft das ganz automatisch. Denkt daran, was kannst du tun für deine Gemeinde, dein Bundesland oder für die Republik Österreich. Erst dann kommt, was kann ich tun für meine Partei. Und dann darfst du dich am Schluss noch fragen, kann ich auch für mich etwas tun. Das sind diese drei Dinge. Viele machen es umgekehrt und die scheitern irgendwann in der Politik. Und wenn man das beherzt, auch wenn man das nicht jeden Tag schafft, aber wenn man das als große Grundlinie beherzt, dann geht es automatisch nach oben. Bis zum nächsten Mal.